Ja hallo, weiter geht's mit unserem Rundgang durch die Ausstellung Sehstücke, Fakten und Fiktion und ich möchte Ihnen jetzt ein Werk präsentieren von einem französischen Künstler und Fotografen, nämlich Charles Pétillon. Charles Pétillon lebt und arbeitet in Paris, aber auch in der Bretagne, also in der Nähe des Meeres. Das Meer ist allerdings nur ein Aspekt in seinem umfassenden Werk. Er setzt sich ganz allgemein mit Landschaften auseinander und in diese Landschaften baut er sozusagen Interventionen ein. Das sind große umfassende Gebilde aus weißen Ballons, die sich eines Ortes, einer Landschaft ermächtigen. Diese Landschaften sind in der Regel menschenleer. Das können Stadtlandschaften oder Naturlandschaften sein und natürlich passend zu unserem Ausstellungsthema haben wir also eine Wasser-, eine Meereslandschaft gewählt und Sie sehen schon, dass sich hier eben ein solches Gebilde aus weißen Ballons mitten in der Landschaft befindet. Mit der Intervention, dem Hineinsetzen eines solchen Gebildes in die Landschaft verfolgt Pétillon verschiedene Ziele. Das erste ist ganz allgemein die Aufmerksamkeit auf die Landschaft zu lenken. Eine ja zunächst unscheinbare Landschaft in ganz gedeckten Farben auch gehalten, eine ganz flache Ebene, über die man den Blick vielleicht einfach gleiten lassen würde, wäre da nicht auf einmal dieser Fremdkörper, der unsere Aufmerksamkeit einfängt. Also den Blick zu lenken auf etwas, das man im Alltag, im Vorübergehen vielleicht nicht wahrnehmen würde. Das zweite ist, und das spricht auch schon ein bisschen aus dem Titel dieses Werkes, nämlich Iglu 2 Invasions, deutet schon an mit dem Stichwort Invasionen, dass hier ganz offensichtlich Fremdkörper sich eines Ortes ermächtigen, sich ausdehnen. Man denkt vielleicht bei diesem Ballongebilde auch an Zellen, an die Zellteilung, an etwas, das sich beliebig ausdehnt, ausbreitet, wächst und eben vielleicht sogar anderes verdrängt aus einem Bild, aus einer Landschaft. Ja, diese Invasionen, also das Ermächtigen eines Ortes oder Erobern eines Ortes, bezieht sich natürlich auch auf die Angreifbarkeit der Natur, in der auch wir uns ja zum Beispiel als Mensch ausbreiten, breit machen, verdrängen. Also da ein ganz konkreter Bezug zur Fragilität, Empfindsamkeit auch einer Landschaft. Ein dritter Aspekt ist natürlich auch die ästhetische und fast schon poetische Schönheit, die sich aus der Zusammenfügung dieser beiden Aspekte ergibt. Also eine fragile Form Ballons, die ja auch erst einmal eine freundliche Assoziation vielleicht hervorwerfen und das im Zusammenspiel mit einer, ja, auf den genauen Blick doch ja auch sehr friedlichen Landschaft und die gehen eine Koexistenz ein, ein Zusammenwirken und bestärken sich dadurch auch gegenseitig natürlich. Eben diese Ebene, die Fläche der Landschaft wird erst durch das Volumen dieses Ballongebildes wirklich erkennbar oder wahrnehmbar, spürbar. Gleichzeitig natürlich auch der hell-dunkel-Kontrast, eine natürliche Lichtquelle ist ja nicht zu sehen. Wir haben nur das künstliche Licht, das dann aber wiederum auch die Schattierungen und die Wasseroberfläche hier sehr schöne Szene setzt. Also man kann eben diesen feindlichen Aspekt mit hineinbringen, aber eben auch einen, ja, sich gegenseitig bestärkenden, dass es eben doch eine Dualität ist, die in der Landschaft im Zusammenspiel mit menschlichen Artefakten liegt.